herzlich willkommen zu einer weiteren folge gta online dies war wieder mit steven aber wir sind nicht im team so wir spielen wie wir spielen also da sind wir zu viele 5 gegen guys langweil also auf jeden fall sind wir jetzt ich nehme was nämlich wir spielen wie ich schon mal gesagt hat der euer team alles gleich aus dem gesicht der firma ist richtig cool ja wir haben gerade schon eine runde gespielt haben wir 4-0 verloren wir haben den wagen hast du genommen in den tor noch hätte man die 20 nehmen wir haben die vierte map gespielt ist ja auch egal welche wir gespielt haben auf jeden fall ja jetzt sind wir gegner stürmen ja hier geht es halt nur darum items einzusammeln und geben den gegner ich habe achte das ist der fischsteil schau mal das ist eine andere man muss 40 kills haben ach das anders guck mal nicht leben sollen selbst mit auch so danach kills also viel zählen die fall gemacht die wir haben die zwecke also das ist schon immer ja wir sind gegner stürmen meine report ich habe ich werde durch gesteuert nein irgendjemand schießt mich ab ja ich ne das war es nicht doch du schießt dich gerade ab ich will mal auch jetzt waren die bei sieben dort ich hab dich getötet du bist eine bombe von mir ja ich war ja ich hab noch auf dich geschossen andere da war auch noch da waren zwei zu vernehmen also ich habe einen anderen gesehen ja aber ich habe auf dich geschossen ich bin nicht gestorben obwohl ich runtergefallen oder vielleicht doch und wir haben einen kill gemacht mal als ich jetzt das ist nicht ausgesehen das ist doch passiert dass knapp vor mir bekommen hast du mich in die luft gesteckt ich bin runter gefahren nein ich hab gar nicht ausgenutzt ich ich hab's voll dumm gemacht ich hab fast jemanden getroffen das weiß ich oh mein gott wie konnte ich da nicht treffen übrigens wenn du verkehrte steuerung hast musst du ja du hast ja vorhin gesagt es ging nicht dass du nichts machen konntest du musst erst mal anhalten glaube ich ich hätte selber vor wenig ok ende ende im gewinne nein aber 40 kids sind es jetzt noch dreimal egal also ich schneide dann auf jeden fall noch nicht die letzte rein sondern die zwei letzten oder sowas gut weil das würde wirklich viel zu lang dauern hier also wieder so leute da sind wir jetzt wieder in einer runde richtig unfair ist die 3 1 alles klar vorhin hatten wir 4 zu 3 jetzt haben wir ein 3 zu 3 jetzt haben wir ein 3 zu 3 oh mein gott 7 3 zu 3 und meine sind in level 200 und so deswegen sagt es aber das muss ja nichts bedeuten es war immer knapp jetzt aber ich steht 3 1 also könnte es die letzte runde sein aber die runde kommt auf jeden fall rein damit brander bleibt selbst wenn wir mein team also ich früher 3 ist wenn ich nicht gewinnt tue ich die runde rein ja komm jetzt noch und werde drei gegen zwei erst jetzt drei gegen zwei drei gegen zwei und ich glaube die runde in der runde habt ihr glaubt keine chance so ich töte ich nein du tötest mich nicht ich spring lieber runter tschüss komm tschau den kill kriege ich eh was das ist doch unfair alter würdest du mich unterspringen wär wärst du gestorben komm da kannst du nichts erzählen was machst du jetzt kriege ich meinen verdienten kill springt einfach runter und dann kriegt jemand anders ich war die ganze zeit nur in die kante und man warte ich bis mich jemand runter schmeißt ja ja best ja wir sind beide tot das war ein gutes bei sind beide wir sind beide gestorben ich habe die kunde gefahren und selbst unter von 167.000 level 114 jetzt ohne ich vom geld her bin ich ganz schön zufrieden da 167.000 bei mir dann ich hoffe es hat mich gefallen so sein hat lassen zeigt da muss nichts sagen wir würden uns freuen über ein abo und dann sehen wir zum nächsten video tschau